Ein Ausweis und wie hier ein Reisepass sind Dokumente, die mich als Bürger einer bestimmten Nation, eines bestimmten Landes ausweisen. Als Bürger eines Landes habe ich gewisse Verpflichtungen und gewisse Rechte. Jeder Mensch, der auf dieser Welt geboren wird, ist Bürger einer Nation, gehört zu irgendeinem Land und wird in diesem Land gemäß den dortigen rechtlichen Vorschriften einfach leben und sein Leben verbringen müssen. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir als Christen Bürger zweier Welten sind. Wir sind nicht nur deutsche Staatsbürger oder schweizerische, österreichische oder sonst irgendeine Nation, sondern wir sind gleichzeitig Himmelsbürger. Die Bibel teilt uns mit, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Und wenn du deine Bibel liest, dann kannst du sie lesen wie eine Verfassung. Das ist das, was ich an Verpflichtungen und an Pflichten zu tun habe. Und das ist das, was mir zusteht. Das sind Rechte, das sind Segnungen, das ist Schutz und alles Mögliche, was mir zusteht als Bürger des Himmels. Bist du dir wirklich bewusst, dass du ein Himmelsbürger bist, jetzt, in diesem Moment? Du lebst hier auf der Erde, in deinem Land und gleichzeitig, wenn du wiedergeborener Christ bist, bist du Himmelsbürger mit allen Rechten des Himmels. Wenn du das Neue Testament liest, dann findest du Informationen darüber, was das bedeutet, was dir gewissermaßen zusteht, aber auch, welche Verpflichtungen du hast, was du tun musst, um diese Segnung empfangen zu können. Das ist ein Spiel, wie in jeder Nation der Erde, was zusammengehört. Du hast Pflichten und du hast Rechte. Und beides zusammen ist, wenn du das Neue Testament dir anschaust, ein unvorstellbares Segenspackage, was auf dich wartet. Ich möchte dich einladen, dass du im Neuen Testament einfach mal darin stöberst, wo sind Dinge, die das Bürgerrecht, was ich im Himmel habe, einfach beschreiben. Und es ist sogar noch besser, als du denkst. Denn du bist nicht nur Himmelsbürger, sondern du bist sogar hier auf dieser Erde Botschafter des Himmels, Botschafter an Christi Stadt. Du bist hier auf der Erde nicht ein normaler Bürger, sage ich mal, sondern du bist in einem besonderen Status. Du genießt den Schutz des Himmels. Du genießt den Status eines himmlischen Botschafters hier auf der Erde. Wenn du dir bewusst machst, was ein Botschafterstatus hier in unserem ganz normalen Leben bedeutet, dann bekommen wir ein Verständnis dafür, was es heißt, Botschafter des Himmels sein zu dürfen. Ein unvorstellbares Vorrecht. Etwas, wo wir wirklich dem Herrn für danken können, ihn preisen können. Wir sind herausgenommen, wir sind eingesetzt im Himmel, wir sind Bürger des Himmels und hier auf der Erde sind wir erhoben in den Stand eines geistlichen Botschafters. Ich lade dich ein, dass du darüber nachdenkst, dich damit beschäftigst und dir bewusst machst, ich bin Bürger eines Reiches, was völlig anders ist, gigantisch ist, fantastisch ist, genial ist. Ich bin nicht nur Bürger hier meines Landes, sondern ich bin Bürger des Himmels und mein Gott und mein Herr ist Jesus. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.